Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Ich habe mir für diese Folge einiges vorgenommen. Unter anderem werden wir die Autobahn weiterführen, den Ölhafen umbauen, den Bahnhof hier bauen und das ganze Streckennetz da ein bisschen anpassen. Und ja, weil das einiges zu tun ist, fangen wir direkt einfach mal an. Zuerst ziehen wir die Autobahn hier mal ein Stückchen gerade runter, würde ich sagen. Und zurück. Da könnte man noch ein bisschen näher dran setzen, aber ich lasse es mal durchgehen. Und dann würde ich sagen, dass wir hier so den Grauen Kanal überqueren. Und die Gegenspur setzen wir dann auch da dran. So, ich möchte die halt immer möglichst nah beieinander haben, die Spuren. Durch den Fluss gehen die jetzt an leicht unterschiedlichen Stellen ein bisschen bergauf und bergab. Aber das ist, denke ich, nicht ganz so schlimm. So, und die Gegenspur hier noch. Wunderbar. So, die Ausfahrt werden wir dann auch gleich machen. Erst einmal, jetzt muss ich schauen, dass das hier noch drunter passt. Und das Stückchen Straße. Ja, genau da haben wir jetzt natürlich Säulen im Weg. Dann hätte ich die Straße vielleicht vorher bauen sollen. Das wäre besser gewesen. Dann können wir hier noch so vorbei. So. Dann machen wir den Rest da später. Okay, so, dann zuerst mal eine Abfahrt. Ich möchte irgendwie so schnell möglichst da in diese Richtung kommen. Wir werden hier hinten an der Straße später natürlich auch noch eine eigene Abfahrt machen. Zuerst einmal aber hier. Sehr gut. Vielleicht noch ein bisschen steiler rüber gehen hier. So, die Kurve ein bisschen anders legen für. So. Relativ scharfe Kurve da drüber. Genau, und dann... Na, gehen wir hier mal runter. Oder sollen wir versuchen, möglichst gerade drauf zuzukommen? Das können wir auch. Dann machen wir hier noch eine leichte Kurve rein. So. Und dann geht's an die Straße dran. Wunderbar. Dann machen wir hier durch Ausfahrt noch mit einer Autobahn wieder, sodass da mehr Spuren sind. Das gleiche werden wir hier nachher auch machen. Und hier setzen wir dann auch noch eine neue Brücke drüber. Und das verbinden wir dann später noch irgendwie da hinten dann hier mit diesem ganzen Bereich. Okay, hier wollte ich noch Gleise legen. Da darf ich auch nicht vergessen, hier den Platz noch freizulassen. Hier gehen wir aber eh eine Etage höher dann über den Fluss. Das sollte dann ja klappen. Mal schauen. Okay. Könnte hier auch noch ein Bahnhof hinsetzen vielleicht. Für den ganzen Bereich. Da sollte ich mich dann auch möglichst schnell mal drum kümmern. So, zuerst schauen wir mal, ob hier so irgendwann auch Autos geradeaus fahren. Die ganzen, ja sieht man doch. Die ganzen, die jetzt gerade neu losgefahren sind. Unter anderem die Müllerpfuhr, die hat jetzt schon die neue Ausfahrt genommen hier. So habe ich es mir gedacht. Damit sollte sich hier der Stau ein bisschen auflockern. So, als nächstes direkt einmal den Güterbahnhof. Kann man uns gerade nicht leisten, also was. Ganz schön teuer. Was ich auch noch machen wollte, ist hier die Auffahrt neu machen. Und zwar kommt hier eine Straße geradeaus drüber, sodass man direkt hier zum Bahnhof kommt. Und außerdem können wir, glaube ich, hier das ganze Gebiet auch schon mittlerweile umwandeln. Schauen wir mal eben rein. Genau, wir haben kaum noch Öl. Hier am Rand ein bisschen um der normale Hafen. Nicht der Ölhafen, der hat auch noch ein bisschen. Das heißt, wir tauschen hier nochmal, würde ich sagen. Machen hier unten dann jetzt Bürogebäude hin. Dann brauchen wir aber noch einen neuen Platz für ein bisschen mehr Industrie. Und dann auch neue Müllabfuhr. Wir können uns hier oben die Insel dazukaufen. Hier unten die beiden würde ich auch noch gerne kaufen. Wollte ich mal eben schauen. Wir haben 1, 2, 3. Das heißt, wir können uns noch 6 dazukaufen. 5, 6. Die beiden. Genau, warten wir hier. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. So könnte man das eventuell machen. Und danach kann man immer noch den Mod aktivieren, dass ich mir alle Kästchen kaufen kann. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann würde uns dieses Teilchen hier leider fehlen. Das hier, glaube ich, auch. Also es ist schon schwer, hier mit neuen Kästchen möglichst viel Bauland zu bekommen. Gerade weil hier oben und hier unten mehr Bauland ist und das sich immer über verschiedene Kästchen erstreckt. Aber jetzt, momentan, brauchen wir ja Müller-Pfuhr. Und dann oben oder unten? Gute Frage. Ich denke mal, momentan haben wir mehr hier unten Gebäude als da oben. Das heißt, ich kaufe mir jetzt einfach mal das hier. Okay. Oder? Ja, komm. Machen wir das. Ich kann mal auch das nächste kaufen. Dann könnte ich mir das hier schon holen. Oder da oben. Naja, ich warte erst mal ab. Ich warte erst mal ab. Dann bauen wir erst einmal hier die Brücke drüber. Sehr gut. Dann können wir da die Müllabfuhr hinsetzen. So. Hier haben wir noch ein Sträßchen. Okay. So, über diesen breiten Flusskanal, wie auch immer, werde ich keine große Anzahl von Brücken machen. Und das machen wir nur hier in dem Innenbereich. Was ich jetzt gerade merke, ist, hier geht ja auch noch eine Schiffsroute durch. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wenn die Brücke hier so tief ist, dann fahren die Schiffe durch die Brücke durch. Man kriegt ja, wenn es gerade erst frisch gebaut ist, eine Rückerstattung. Das ist ja ganz nett. Deswegen gehen wir jetzt hier mal bergauf. Drei Stufen. Ich glaube, zwei Stufen reichen auch. So, dann ein Stückchen gerade. Und dann wieder runter. Wenn wir das Geld dafür haben. Das würde ich jetzt gerne noch fertig bauen. Genau. So. Wunderbar. Hier können wir dann sogar auch noch eine Straße zum Beispiel am Ufer entlang führen lassen. Hier. Unter der Brücke durch. Kann man da auch den Bauplatz noch weiter benutzen. Da kümmern wir uns dann später drum. Wobei, lange Zeit haben wir nicht mehr. Ich glaube, die ist fast voll. Ja, 88%. Bisschen mal so gleich dran denken. Jetzt würde ich gerne hier die Auffahrt neu machen. Da brauchen wir aber ein bisschen mehr Geld für. Das heißt, vielleicht nehme ich nochmal eben schnell einen Kredit auf. 20.000 ist in der Hinsicht nicht viel. Aber schauen wir mal. Wie weit wir damit kommen. So. Also das hier möchte ich neu machen. Und zwar starten wir mal von da hinten. Wir gehen bergauf. Und dann gerade drüber. Jawohl. Dann basteln wir uns hier die Auffahrten dran. Und die Abfahrt. Da kommen wir leider genau in so einen Knick aus. Kriegen wir das da irgendwie schön rein. Ja, wir können ja hier den kurzen Weg nehmen. Bei der Auffahrt gibt es ja normalerweise keinen Rückstau. Das ist bei den Abfahrten ja das Problem. Da fangen wir ein bisschen weiter hinten an. Und dann müssen wir hier gucken, dass wir das mit dem Gefälle hinbekommen. Genau, weil der will da jetzt immer so ein bisschen hier diesen Berg reinbauen, was unnötig ist. Das heißt, wir können vielleicht auch noch ein bisschen früher anfangen. Genau so. Da geht schon bergauf. Da haben wir auch quasi dann schon die richtige Höhe. Würde ich es auch sagen. Machen wir das hier direkt dran. Sieht gut aus. Dann hier die breite Straße. Ja, die Steigung hier ist ein bisschen steil. Aber ich denke, da kann man mit leben. Und dann die Auffahrt wieder in die Stadt rein. Sehr gut. Dann geht es hier bergab. Ich habe das vorher durchgebaut. Einfach um da dann die Auffahrt und Abfahrt ganz ohne Probleme dran setzen zu können. So. Einbahnstraßen drauf. Und runter. Genau. Das kann man hier dann auch noch ein bisschen umbauen später. Vor allem, wenn hier die Mülldeponie und die Verbrennungsanlage weg ist. Dann können wir hier diesen Bereich umbauen. Hier vielleicht auch eine Allee dann hinstellen. Da müssten die Gebäude immer noch dran passen. Sieht einfach schöner aus. Verkehrstechnisch wird das nicht unbedingt nötig sein. Aber wie gesagt, schöner ist es, denke ich, schon. So. Und dann fehlt noch hier der Bahnhof. 60.000. Theoretisch verdienen wir ja genug. Dann sollen wir einfach ein bisschen warten, sollte das zusammenkommen. Hier sehen wir jetzt auch, die Ausfahrt wird mittlerweile wirklich benutzt. Wir haben eine Spur zum Abbiegen, zum geradeausfahren. Ist alles in Ordnung. Hier haben wir dann die Spur direkt rüber. Ich würde sagen, wir können zum Beispiel von hier auch dann noch nach da eine Ausfahrt bauen. Oder von hier unten vielleicht so raus. Drauf natürlich auch. Vielleicht so. Und von hier. Also wir können da so ein bisschen, dass das nicht nur so wie hier eine Ausfahrt ist und eine Auffahrt. Sondern, dass das da ein bisschen, ja, verteilt wird auf verschiedene Punkte. Dass wir hier so einen kleinen Punkt haben. Hier vielleicht können wir auch direkt so eine Ausfahrt nach hier dran setzen. Das sind ja alles definitiv Möglichkeiten, die wir da haben. So. Das hier möchte ich auch direkt mal ausbauen. Wir haben immer noch eine riesen Nachfrage jetzt nach Industrie. Sagen, ich verschiebe jetzt mal das Gebiet wieder. So. Und der Hafen, der kommt hier rein. Wunderbar. So. Hafen. Da hinten noch der Ölhafen, noch ein Stückchen jetzt. Und hier wieder die Grenzen schön ins Wasser legen. Wunderbar. Dann. Bürogebäude. Na. Machen wir auch lieber mit dem Zeichentool. Das geht irgendwie besser. So. Sehr schön. Jetzt müssen natürlich wirklich die Mülldeponie noch hier weg, damit hier nicht alles verschmutzt ist. Achso, und ich wollte ja die Straßen aufbessern. Das kann man ja hier zum Beispiel schon einmal machen. Abgerissen werden die Gebäude ja jetzt eh alle. Dementsprechend tut das nicht so weh. Sehr gut. Und dann müssen wir jetzt nochmal das hier neu ziehen, damit alle vier Kästchen belegt sind. Das gleiche auf der anderen Seite auch, würde ich sagen. Ja. Sehr gut. Und Kästchen ziehen. Wunderbar. Also hier den Bereich an der Autobahnauffahrt, den machen wir dann nochmal ein bisschen neu. Auch mit breiteren Straßen, sobald hier die Gebäude weg sind, die jetzt mehr mal hin und her schieben, wäre ja nur Geldverschwendung. Und den Hafen benennen wir jetzt um in Medienhafen. Weil jetzt hier nur noch Bürogebäude stehen. Und wir haben hier gerade eine Überschwemmung, weil wir hier das Land ein bisschen verbreitert haben. Oh, was ist denn hier passiert? Das soll eigentlich nicht der Fall sein. Macht er aber. Na gut. Wenn es nicht anders geht, dann haben wir hier halt eine leichte Bergspitze an der Front unseres Hafenpias. Oder wie man es auch nennen möchte. Okay. So, hier bilden sich schon die ersten. Top Banking, Trident Accounting, ja, schöne Bürogebäude. Dann sollten wir vielleicht irgendwo auch noch ein Viertel machen, wo dann auch mehr Büros gebaut werden. Wir können ja wirklich hier vielleicht einfach schon mal ein paar Bürogebäude ansiedeln. Das ist ja auch gar nicht so abwegig. So, hier hat sich irgendwie nicht wirklich die Straßenbelegung gebildet. Und so, das sieht auch schon besser aus. Hier müssen wir ein bisschen schauen, dass wir an unserer Schiene da vorbeikommen. Genau, so. Wunderbar. Schiene. Perfekt. Perfekt. Wunderbar. So möchte ich das haben. Gut, dann eben nochmal schauen, dass wir die Stromleitung vielleicht noch woanders hinbauen können. Machen wir das. Kommen wir da dran? Zählt das? Ich glaube, das wird knapp. Dann, wie machen wir das denn? Ja, dann verbinden wir das halt mal eben kurz nicht mit dem Stromnetz. Der Rest ist ja weiterhin angeschlossen. Allgemein, wenn wir jetzt hier vielleicht noch was anpassen könnten. Wunderbar. Dann können wir uns das hier sparen. Und dann, ja, machen wir einfach so. Dann ist hier der Bereich auch noch drin. Das wird sich aber mit den Häusern ja eh verbinden. Das kennen wir ja schon. Und dann gebe ich mal die Bereiche frei hier. Schon mal die Innenbereiche alle. Bis zu den Schienen. Okay, ein bisschen Nachfrage haben wir da auch noch. Wunderbar. Was wir jetzt noch haben, ist Nachfrage nach Kommerzialgebieten. Können wir hier vielleicht noch was reinsetzen. Auf der anderen Seite der Schienen. So. Hier lassen wir mal ein bisschen was frei. Da kriegen wir eh nicht wirklich was rein. Vielleicht wollen wir noch irgendwie sowas bauen hier. Oder machen wir einfach so. Dann können wir zumindest auf der Seite noch Gebäude hinsetzen. Also, Kommerz, Gewerbe. So. Und wenn wir hier den Güterbahnhof dran setzen, muss ich mir noch was überlegen, wie die LKWs da hinkommen am besten. Weil die Eidfahrt zum Badhof ist natürlich nur auf einer Straßenseite. Da muss ich mir noch was ausdenken, eventuell. Oh, Wasser. Natürlich. Sehr wohl. Wasser bekommt ihr. Okay, okay. Sollte das auch geklärt sein. Strom wird sich jetzt hier dann hoffentlich hierhin verbinden. Ich bitte doch drum zumindest. Geht das so? Ja, okay. Das reicht. Dann hat es sich gerade auch verbunden. Ja gut. Dann brauchen wir die jetzt nicht mehr. Sehr schön. So, also. Was haben wir geschafft bisher? Autobahn, wie versprochen, neu gebaut. Der Hafen hier. Da sollten sich noch ein paar mehr von den Industriegebäuden ansammeln. Industrie haben wir momentan wieder gar keine Nachfrage. Die ist irgendwie zusammengebrochen. Oder die wenigen Gebäude haben schon gereicht. Wer weiß. Und, ja. Ein bisschen Gewerbegebiet-Nachfrage ist jetzt dafür dazu gekommen. Hier haben wir auch noch ein großes Loch. Wenn ich da ein paar Autobahnauffahrten und die Schienen vor allem durchgelegt habe, können wir uns natürlich überlegen, dass wir das Loch dann noch mit Gewerbegebiet füllen. Hier in Autobahnnähe, wie gesagt, da haben wir ja diesen ganzen Lärm, der nicht gut für Wohnhäuser ist. Da können wir natürlich aber trotzdem dann Gewerbegebiet ohne Probleme hinsetzen. So, wie sieht's aus? 99% voll. Dürfen das nicht vergessen jetzt. Aber die ist auch nochmal ziemlich teuer. 60.000 der Bahnhof. Wobei es verkehrstechnisch momentan zumindest so aussieht, als ob wir da keine Probleme hätten. Also sparen wir uns für den Moment den Bahnhof und bauen stattdessen dann hier das versprochene Industriegebiet, also zumindest die Müllhalde. So, dann wieder ein Stück Schnurgerade. Da lässt es sich ja deutlich einfacher dann die Gebäude dran setzen. Und dann die Verbindung noch zur Brücke. Ja, machen wir das so. Und dann setzen wir jetzt hier die Müllhalden dran. Machen wir zwei Müllhalden. Dann auch Müllverbrennungen. Die setzen wir auf die... Oder wir machen hier mal so eine Querstraße, damit die auch die Straßenseite wechseln können hier. So. Oh, und ein Meilenstein. Wir sind eine kolossale Stadt und können jetzt ein Kernkraftwerk bauen. Das ist doch mal was. Haben eigentlich noch viele weitere Meilensteine. Mal schauen. Metropole kommt noch. Da können wir den Flughafen bauen. Das könnte schon die letzte Stufe sein. Ich bin mir gar nicht sicher. Wir haben gerade die Meldung bekommen. Einrichtung voll. Das wissen wir ja schon. Wir haben es erwartet. So, hier können wir keine mehr dran bauen. Da reicht der Platz nicht für aus. Dann bauen wir... Aber wir haben auch kein Geld mehr. Wir brauchen aber hier noch Wasser. Wasser ist da. Strom brauchen wir eigentlich nicht wirklich, weil die Müllverbrennungsanlagen selber Strom erzeugen. Aber das wollen wir natürlich wieder einspeisen in unser Netz. Also... Setzen wir hier dann eine Strommastenverbindung hin. Und dann verbinden wir die jetzt mal so ganz... schnell und... hingerotzt da einfach dran. Das muss reichen. Da kümmern wir uns dann darum wieder. Wie immer, wenn da dann... ein paar Gebäude stehen. So, Strommasten auch... schön ungefähr gleichmäßig mit den... Masten von der Brücke. Und Höhe stimmt da auch. Können also dann hoffentlich... Schiffe durchfahren. Waren wir so, da haben wir die Linie genau. Linie geht genau durch so ein Mast durch. Aber die Schiffe fahren ein bisschen seitlich der Linie. Vielleicht sieht das ja einigermaßen hübsch aus. Gut. Ein bisschen Probleme mit Kriminalität haben wir hier. In der komplett identisch aussehenden... Einkaufspassage. Alles Gebäude auf Level 2. Ja, da können wir in der nächsten Folge... vielleicht ein bisschen Polizei bauen. Und ein bisschen hier Schienen legen. Und dann... noch ein bisschen Gewerbegebiet bauen. Also wir haben schon noch was zu tun. Da geht uns die Arbeit nicht aus. Bahnhof habe ich jetzt leider noch nicht hinbekommen. Die leeren wir mal aus. Na. So. Ausleeren. Und dann kümmern wir uns... um die ganzen anderen Sachen in der nächsten Folge. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Vielen Dank.